Headshot, Digga. Digga, er spielt mit einem Miff zusammen. Er ist 13 Jahre alt. Guck dir das mal an, Digga. Er ist 13 Jahre alt. Er ist 13, Digga. Ja, was, Digga? Let's go! Was, Digga? Der ist 13. That was nuts. On Headshot. Bam, Junge, ey. Geistes- Was, Digga? Was genau, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter-Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Ravenside einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Ciao, Leute, was geht denn heute? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit der meiste, liebe Alphastein. Hallo. Halt mal mich. Ja, man hört dich, Alphastein. Okay. Ja, man hört dich sehr gut, tatsächlich. Okay, los. Ja, Leute. Wir schauen uns heute gemeinsam etwas ganz Besonderes an, und zwar Kinder, die in Fortnite absolut alles zerstören. Ganz wichtig, Leute, 10 Minuten, doppelte Werbung, Creator-Code-Revince, ihr wisst Bescheid. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie die krassesten Fortnite-Kids alles wegrasieren und Leistungen erbringen, die Alphastein und ich niemals für möglich gehalten hätten hatten. Das war ein toller Satz. Dafür nochmal kurz Replay. Für möglich gehalten hätten hatten. Danke dafür. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen mal ganz kurz rein hier. Wir gucken uns heute die krassesten Fortnite-Kids der Welt an. Stein, der hat noch nichts gemacht. Hä? Also, der hat noch nichts gemacht, wirklich. Ja, der war gut. Du kannst sie nicht bauen. Ja, das stimmt. Kannst du 90s, Alphastein? Ja. Hals, Maul, kannst du nicht. Sech dir, komm. Ja, er labert auch kein Scheiß, Alter. Komm mal da, Alter. Wow, kein Schau. Kannst du nicht, Junge. Oh nein, er trifft. Oh, Digga. Böser, Alter. Junge. Digga. Oh mein Gott, wie alt ist der, Junge? Guck mal. Siehst du den? Der ist ein Jahr alt, ey, oder sowas. Oh, Digga, nein. Oh mein Gott. Naja, das Editen war halt nicht schlecht. Guck mal, wie jung seine Stimme ist. Okay. Bam. Guck mal, Headshot. Instant. Ja, kann ich auch. Ne, kannst du nicht. Schon wieder Headshot. Junge, der ist... Das ist immer der gleiche, Mann. Es sind mehrere Clips von dem Jungen. Ja, wow. Pumshot, kann ich auch. Oh Mann, Alter. Digga, wie kann denn ein 8-Jähriger besser sein als alles, was wir kennen? Ja, guck mal, Digga. Ja, das ist nicht krass. Was ist das? Nicht krass. Findest du nicht krass, sagst du? Nein. Okay, dann schauen wir mal einen Platz weiter, guck mal. Er ist auch noch sau jung. Baut sich hier so ein. So, und jetzt kommt aber der Snipe. Achtung. Oh, Digga. Ja. Genau, Alter. Ja, okay. Junge, der Junge ist 8 Jahre alt oder sowas. Ja, guck mal, Digga, wie er die 90s crankt. Auf keinen Fall kannst du das so. Auf keinen Fall. Du auch nicht. Ja, ich auch nicht. Und jetzt. Ja, moin, Digga. Natürlich, Alter. Natürlich, Alter. Ja, ist okay. Junge, warum ist dieser Dubstep so laut im Hintergrund? Skeptik, Digga. Skeptik kenn ich, Digga. Skeptik kenn ich. Okay, pass mal auf. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier. Moment. Best of. Digga, der Typ ist anders, Alter. Der Typ ist anders. Pass mal auf. Guck mal, er ist... Wie alt ist er, Digga? 4, 5 Jahre, Alter. Keine Ahnung, Mann. 1, 2, 4. Das ist 1, 2, 1, 9. Ja, trotzdem, Digga. Guck mal, was er hittet, Digga. Schau mal. Okay, er baut sich auf jeden Fall ordentlich hoch, Digga. Streamer Action. Slickes Building auf jeden Fall, was er... Er baut richtig gut, Digga. Guck mal, die 90s, Digga. Eine Smoothie Bewegung. Schmocki baut besser. Schmocki baut besser. Ja, aber Schmocki ist nicht 8 Jahre alt, Digga. Es wegverdient. Aber guck mal jetzt, Achtung. Nice. Ja. Ja, okay, Stein, ne? Guck mal, du musst dir halt... Das sind jetzt nicht die krassesten Spieler der Welt. Du musst dir vor Augen halten, dass die super jung noch sind, weißt du? Ja, deswegen, die haben gute Reflexe. Die müssen immer gut sein. Oh nein, er hat da auch eine Falle, da. Okay. Boah, Digga, krank. Oh, hier schön die Double Pump noch am Rocken, Digga. Damals Old School, ist auf jeden Fall schon lange dabei. Double Pumpen, mega nice. Ja, moin, Digga, der Headshot. Und der Edit Headshot, komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Entspann dich, Stein. Oh mein Gott, Digga. Aber nicht mit 8 Jahren, das ist der Unterschied, Stein. Du bist keine 8 und seit du stürst alles. Verstehst du, was ich meine? Egal. Mann, Alter. So, Digga, schau mal. Der Dude hier, der Dude hier ist im Fels-Clan drin, Bruder. Im Fels-Clan. Der ist maximal jung. Ich glaube, der ist 13 oder sowas oder 11. Ja, 13 ist der. Oha. Halt, Schau, Digga. Er spielt mit dem Miff zusammen, Digga. Er spielt mit dem Miff zusammen. Er ist 13 Jahre alt. Guck dir das mal an, Digga. Er ist 13 Jahre alt. Er ist 13, Digga. Ja, was, Digga? Was, Digga? Der ist 13. Alter. Der zerlegt einfach mal alles, Digga. Das ist anders. Ja, Moin, Digga. 26. Der Dude hat in seinem Team 26 Kills mit allen. Guck mal. High Sky, Yellow Cloak und Tempo, Digga. Alles Face, Leute. Alles Face, Leute. Und er ist Teil von Face, Digga. Mit 13 Jahren, Alter. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank, Alter. Das ist heftig, Mann. Und solche Leute meine ich, wenn ich sage, ich suche Pro-Gamer, die jung sind, Leute. Ja, das waren alles Noobs. Das waren alles Noobs, aber der jetzt nicht, oder wie? Ja, der ist gut. Aber er ist nur gut, weil er in der Face drin ist, oder? Nein. Ja, als ob, Junge. Wie hittet man sowas, Digga? Wie hittet man sowas? Guck mal, Junge, guck mal jetzt. Und Headshot. Bam, Junge, ey. Geisteskrank. Was, Digga? Sein Aim ist ja mal von einem anderen Planeten, Junge. Digga. Headshot mit der Siegel. Alter. Alter. Und noch einer. Unglaublich, Digga. Guck mal, wie jung der ist. Der Vertrag, oder weiß? Ja. Ja. Digga, der ist bei Face gesigned, Alter. Das ist so krank. Überleg mal, du bist mit 13 Jahren bei Face gesigned. Ja, ich schaff's nicht, weil ich über 13 bin, halt, ne? Also, ja. Und Headshot. Auf geht's, Digga. Krankmann. Kranker Spieler. Kranker Spieler. Ich spiel ständig. Digga, ich hätte so viel aus meinem Leben machen können, Alter. Ich hätte so viel aus meinem Leben machen können. Ich hätte Pro-Gamer werden können. Stattdessen bin ich nur irgendein Wack-Kopf, der sich das anguckt, Alter. Guck's dir an, guck's dir an, Digga. Ja, der guckst du doch mit mir. Wie er auch die ganze Zeit sich am drehen ist. Er spielt mit T-Field zusammen, Digga. Und er verdient so viel Kohle, Digga. Er muss so viel Geld verdienen. Minecraft, Lucky Block ist der Abo. Minecraft, Lucky Block ist ein guter. Guck mal, wie jung er ist. Guck mal, wie er baut. Und der Typ geht sowas von down jetzt, Digga. Er ist ein Kill gestealt. Dafür gibt's Rache. Auf jeden nochmal einen 360 hinterher. Natürlich, man kennt den, Digga. Man kennt den. Glaubst du, er hittet? Ja. Loll, hast du das gerade gesehen? Hast du das gerade gesehen? Er hat mit seinem Edit ihn gekillt. Guck mal. Er fährt runter, eine Etage. Und dann hat er ihn mit seinem Edit gekillt, Digga. Häufig. Krank, Alter. Digga, mit was für Leuten er auch spielt. Ja, genau, Alter. Diese Headshots, Digga. Diese Headshots. Boah, Junge, diese Snipes, Alter. Göttlich. Göttlich, Digga. Trimax und ich sind neidisch. Bruder, krankster Spieler. Krankster Spieler. Mongral hier auch noch super, Jungen. Auch so heftig, Leute. Mongral ist auf jeden Fall besser. Mongral ist auch schon 16. Aber er ist halt erst 13 Jahre alt, Mann. Digga, und der andere war eben 10 oder sowas. Guck dir diese Edits an, Digga. Dieses Double Rampen. Guck mal, Junge. Anders. Anderer Planet, Digga. Komplett anders. Unglaublich, Mann. Alter. Okay, 5 AP. The Dream, Alter. The Dream. Let's go. Was macht der? Yo, Alter. Okay. Krank. Ich glaube. Der Nosecorp mit der Sniper. Ey, Digga, er hält jeden Nosecorp. Kann das sein? Digga, wie kann man so krank gut sein? Ja, Digga. Komm, Alter. Guck mal, wie jung seine Stimme noch klingt. Ich finde das so krass. Digga, ich wäre so ein Dream, Alter. Eins gegen eins gegen ihn. Ich glaube, jeder in Deutschland würde verlieren. Kamu würde ihn, glaube ich, rasieren. Aber so Average Player, keine Chance, Digga. Er zieht sie alle ab. Guck es dir mal an, Junge. Das Editing und sowas von ihm, das Bauen. Das Aim ist das krasseste, finde ich. So, der Rest ist ganz gut, so. Keine Frage. Aber sein Aim, Digga, mit der Sniper, mit den Nosecopes, ist von einem anderen Planeten. Wirklich, Alter. Junge, Junge, Junge. Guck mal, wie jung der ist, Mann. Ich komme nicht auf, klar, Alter. Irgendwann, wenn ich Kinder habe, ich zwinge meinen Sohn auch auf Fortnite zu spielen. Guck dir das mal an. Nee, mit dir nicht. Du bist dann schon ziemlich alt, weißt du? Ja, genau, Alter. Komm schon, Digga. Komm schon. Junge, Alter. Oh mein Gott. Digga. Stell dir vor, ich rasiert ein 13-jähriger Alter. Und ich glaube, der ist gerade erst 13 geworden, Digga. Das ist krass, das ist krass. Das ist anders, Mann. Das ist anders. Zu gut für mich. Zack, und down. Unglaublich. Unglaublich, Alter. Als ob. Ja, komm. Ja, Digga. Alle drei rasiert sie am Morgen. Digga. So schnell auch seine Reaktion, wa? Ja, moin, Digga. Junge. Ja, was willst du gegen so ein Kind machen, Alter? Da machst du nichts, da machst du nichts. Da machst du nichts, Alter, wenn du so... Aber ich spiele nie bei Minecraft. Alter, Digga. Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich, Mann. Der Junge ist, glaube ich, der krasseste Spieler neben Mongral in dem jungen Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krasse Spieler gibt. HiSky, auf jeden Fall mal auschecken, meine Freunde. Der jüngste Face-Member in der History von Face. Krank. Einfach nur krank, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv bei Alphastein vorbei. Nutzt meinen Creator-Code, um auch zu einem Pro-Kiddy zu werden. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ç